Dallis Performance auf großer Stufe 2.500 mits. Okay, das ist nicht die kreize Stufe. 2.70 mits waren es schon. 3.47 mits. 3.47 mits. Viertelmeile 296,371,658, knapp 300 kmh, noch nicht volle Leistung. So, wir sind gespannt, Gellis Performance Lamborghini Gallardo in der Mercedes-Benz hier, noch nicht mehr 5, eine Mercedes bleibt noch übrig, wir liegen jetzt ca. 2300 PS an. Wir schauen auf die Viertelmeile. Oh, langsamer. Ne, wird nix. Das wird nix. 349, natürlich 349, sehr schnell. Aber im Lauf zuvor hatte er auf der Viertelmeile schon 296, jetzt waren es 271. Boris Grischam, ihr wisst, dass es halt kein DSG-Pult. Ja, es ist so, es ist einfach so. Und ihr wisst, wie das Ding da eben 40 kmh macht. Das war doch nichts. Das war doch nichts. Das war doch nichts. Ja, ich kann mich drüber lustig machen. Das ist mein Auto. Ja, ich darf vielleicht nicht mehr moderieren hier, aber... War doch lustig. Ja, schade natürlich. Wir wollten hier referenziell. Oh, neuer Europa-Rekord. Eventuell... Zumindest ist das der Plan heute. 377 Dollar geht es heute zu brechen. Und das möchte er im Abion. Und 380 sind heute noch nicht mehr. Bitte meine, 285. Ah, tippen zu langsam. 355. Ja, 349. Schade. Ja, Fußgrad. Da war Sprit am Ende. Aber 375. 155. Ja, 475. 405. Ja, 400. 155. Ja, 500. 107. Oh, da ist das Video. Ey, du bist. 805. Ja, 500. 106, % 1,000. Vielen Dank.